Da vorne ist der Schreiner, schiebt seinen Karren hier in die Stadt und verkauft dann. Unten ist ein Bettgestell aus Bambus und dann hat er Hocker, T-Shirt, Stühle dabei. Die Qualität sieht gut aus. Guck mal, wer ein Hocker draufkriegt. Ja, ein Hocker. Und jetzt kommt hier unten das Bettgestell aus Bambus. Ja, wir sind jetzt hier wieder bei S&P. S&P. Dann werden wir jetzt Mittagessen, trinken hier wie gewöhnlich. Pineapple Juice. Ne, die liegt. Und danach gehen wir einkaufen. Jetzt wird das Bett aufgebaut. Das ist ja interessant, ne? Ich hatte Spaghetti mit Knoblauchbrot und die Didi hat Fisch. Mit Reis. Und der Schreiner hat sein Bett schon bald fertig. Ja, aus Bambus. Jetzt ist nur noch einer vorbei, kommen und das Bett kaufen. Ja, da oben jetzt wieder die beiden Lagerarbeiter und LKW. Da oben jetzt kann man die beiden Lagerarbeiter gehen. Schmeckt's? Der Fisch? Ja. Ja. Ja, ich schulde ich mal drauf, ich probier mal. Den Fisch. So, ich habe meine Wagen schon fertig, mit Getränken, Wein, alles da. Wir haben hier 15 Schrimps für 55 Bagen. Das sind so 1,20 Euro. Ja, muss aufpassen. Geld hier nicht rausschmeißen. So, wir haben eingekauft, fahren wieder nach Hause. Wir lassen uns alles liefern, bis auf zwei Tüten, die mit Sachen, die in den Kühlschrank müssen, gerestelte Lieferung. Da ist der Friedhof und Ausländer Friedhof. Da sind wir gleich da. Da ist der Friedhof. Da sind diese flüchten, wie eine Person zu verlegen. Es war nicht trướcst монere powerful. Die Musik votre Laden, die in Kühlschrank wollen.